No Cash in the Stash? Keine Mark mehr in der Tasche? Krötenwanderung komplett verpasst? Drei Tipps wie du bei The Cycle am besten vorgehen solltest, damit du nicht pleite gehst, damit dir genau das nicht passiert. Das erste was man machen sollte ist nicht faul herumzusitzen, sondern los geht's in die Quartiere und die Quartierverbesserungen starten. Und zwar sind hier drei Sachen sehr, sehr wichtig. Und zwar bei den Generatoren. Merkt ihr einfach Punkt 1, 3 und 5. Punkt 1 sind die K-Mark Generatoren. Dieser K-Mark Generator gibt euch Geld pro Stunde, also Mark. Damit habt ihr einen konstanten Geldfluss. Je höher ihr das bekommt, desto mehr Geld bekommt ihr pro Stunde. Und es ist levelbar bis Stufe 20. Genau dasselbe mit Nummer 5, der Vorratskistenverbesserung. Das ist ein System, mit dem ihr alle 24 Stunden ein Paket bekommt an Items. Je höher das Level, desto besser die Items. Schon bei der ersten Stufe hier, also bei der zweiten Stufe, bekommt ihr grüne Rucksäcke. Das lohnt sich schon sehr, das zu leveln. Das Ganze geht ebenfalls bis Stufe 20. Die Sachen könnt ihr gegenüber im Generator abholen. Einfach hier reingehen und dann die Marken abholen. Ihr seht hier, ich habe das Maximum von 7.500 erreicht. Und die Vorratskiste, da bekommt ihr ein komplettes Set. Mein Lager ist proppenvoll, deswegen kann ich das jetzt nicht nehmen. Der dritte Generator ist der Aurum Generator und hier wird es richtig interessant. Auch der lässt sich leveln bis Stufe 20 und gibt euch das Aurum, also sozusagen die Echtgeldwährung in The Cycle Frontier. Das heißt, sämtliche Skins, Battle Pass und sonstige Sachen, die man normalerweise auf Echtgeld kaufen kann, könnt ihr hier mit dem Aurum Generator sozusagen erspielen. Auf Stufe 1 bekommt ihr ca. 0,5 Aurum pro Stunde und das Ganze lässt sich auch hier bis Stufe 20 aufleveln. Das System finde ich besonders cool, weil man hier Echtgeldwährung erspielen kann und damit auch echte Skins freischalten kann. Super cool. Das Aurum bringt uns auch direkt zu dem zweiten Tipp und das ist der Punkt Versichern. Ihr möchtet dafür sorgen, dass ihr einen stetigen Fluss an Geld, aber auch an Items bekommt und dafür nutzt ihr diese erste Versicherung, die Aurum Versicherung. Durch das Reinziehen der Gegengestände in das erste Feld startet ihr die Ausrüstungsbergung, und diese kostet Aurum, in dem Fall 80. Ihr könnt Sterne dafür einsetzen, diesen Preis zu reduzieren. Ich glaube, der würde sich jetzt auf ungefähr 20 reduzieren. Ich habe leider keinen Stern und den Rest müsst ihr dann bezahlen. Diese Versicherung hat den Vorteil, dass die Items, die ihr mit Ausrüstungsbergung versichert, bei Verlust euch wieder nach Hause gebracht werden. Das heißt, wenn ihr sterbt, dann bekommt ihr die Waffen wieder zurück, außer ein Gegner hat sie gelootet. Das krasse ist, selbst wenn ein Gegner die Items gelootet hat, bekommt ihr den Geldwert zurück. Das heißt, es ist praktisch das Pendant zu der Standardversicherung und die empfehle ich absolut immer. Wenn ihr keinen Aurum habt, dann macht die Standardversicherung, weil hier bekommt ihr pro Item jedes Mal Geld zurück, wenn ihr eure Items verliert, wenn ihr sterbt, wenn sonstiges passiert. Ihr habt einen stetigen Geldfluss. Bevor wir zum dritten Tipp kommen, kommt jetzt noch ein Bonus-Tipp. Und zwar könnt ihr bei eurem Einkommensgenerator hier unten noch die Titch-Jobs abholen. Und zwar geht das Ganze los am 23. Juni 2022, also ein Tag nach Season 1 Start. Season 1 startet am 22. an dem Mittwoch. Donnerstag starten die Drops. Und zwar könnt ihr das Spiel mit Twitch verbinden, als wir diejenigen von euch, die auf Twitch zuschauen, boah, ist das ein Zungenbrecher, auf Twitch zuschauen, die können dann das Ganze verbinden und hier die Belohnungen einholen. Zu mir persönlich, ich bin am 1. Juli bei einem 24-Stunden-Stream, weil ich an dem Tag exklusive Drops habe. Also wer vorbeischauen möchte, da findet ihr mich 24 Stunden lang. Das Ganze wird gehen von 12 bis 12. Holy Macaroni, mal gucken, ob wir das durchhalten. Kommen wir zum dritten Tipp und der ist wirklich interessant. Nämlich macht keine Loot-Runs, sondern erhöht eure Überlebensrate, indem ihr einigermaßen normal spielt. Warum das? Wenn ihr Loot-Runs macht, das heißt, wenn ihr rausrennt zum Beispiel nur mit einer Pistole und sagen wir mal in den Dschungel lauft und dort Fokus-Kristalle farmt und dann am Ende Sachen rausholt im Wert von sagen wir 30, 40, 50.000 K-Marks, dann ist es so, dass das System euer MMR erhöht. Das heißt, wir haben hier ein MMR, ein Loot-basiertes MMR-System. Das heißt, je mehr du überlebst mit hohem Loot, mit sehr viel Geld, je höher steigt auch dein MMR und entsprechend wirst du gegen stärkere Gegner gematcht. Und wenn du jetzt jemand bist, der pleite ist und der Probleme hat mit Geld, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der nicht unbedingt mit super starken Gegnern gematcht werden will. Das heißt, das Ganze wäre sehr kontraproduktiv, speziell für dich. Statt also Loot-Runs zu machen, würde ich mich auf Quests konzentrieren und auf die Jobs, die geben auch sehr viel Geld und normal spielen, Sachen mit rausnehmen, die man unterwegs findet und verkaufen. Das gibt auch genug Geld. Und wenn man das kombiniert mit einer Erhöhung der Überlebensrate, dann werdet ihr merken, dass ihr wie automatisch aus diesem Sumpf der Geldprobleme rauskommt. Und ja, wie steigere ich jetzt die Überlebensrate? Ja, man kann ziemlich viele Sachen tun, um sich zu verbessern. Und zwar, das erste wäre, die Frage sich zu stellen, muss ich denn immer rennen? Würde es nicht mal reichen, wenn ich mal ein bisschen gehe? Das Rennen ist sehr, sehr laut. Also das heißt, die Reichweite, wo ihr gehört werden könnt, wird stark erhöht, wenn ihr rennt. Also einfach mal gehen oder sogar schleichen, wenn ihr einen Gegner in der Nähe habt und einfach nicht geordnet werden möchtet. Ihr werdet merken, die Gegner werden euch teilweise gar nicht sehen und vorbeirennen. Und so habt ihr auf jeden Fall eine viel sichere Art und Weise, über die Map zu laufen. Genauso ist es mit der Atmung. Die Atmung ist sehr, sehr laut. Das heißt, wenn ihr es schafft, euer Ausdauermanagement ein bisschen im Griff zu halten, also nicht immer zu rennen und vor allem zu klettern. Klettern verbraucht sehr viel Ausdauer, bis der Balken auf Null ist, sondern immer kurz vor Null stehen bleibt, sozusagen darauf achtet, dass sie nicht ganz runter geht und dann euch wieder erholt. Dann werdet ihr auch diese Atmungsprobleme nicht haben und auch wesentlich leiser sein auf der Map. Das nächste sind Angriffe mit der Waffe gegen PvE. Die Frage ist, muss es immer die Pistole, die Waffe, die ICA, Guarantee sein, die so laut ist, dass man sie über die ganze Map hört? Oder reicht nicht auch mal ein Messer? Denkt dran, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und das Messer auflädt, dann reicht auch gegen einen Strider, gegen einen Strider, ein Messerschlag und der Gegner geht down. Also vielleicht hier und da auch mal das Messer benutzen. Zu der ICA-Guarantee, die ich gerade erwähnt habe, es ist eine der lautesten Waffen im Spiel. Es ist auch eine der wirklich sehr, 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 so guten Waffen im Spiel. Aber auch hier die Frage ist, ob man nicht leisere Waffen spielt. Und leiser bedeutet meistens Waffen mit kleinerem Kaliber. und denkt dran, ihr habt die Möglichkeit, einen Schalldämpfer dran zu machen, sowohl für klein als auch für mittlere Kaliber. Und wenn euch dieser Schalldämpfer so unendlich wertvoll ist, dann packt ihn einfach in den Secure Container und macht ihn dran, wenn ihr ihn braucht. Schlussendlich ist aber der wichtigste Tipp, dass ihr einfach rausgeht, wenn ihr einen Exit habt. Das heißt, ihr müsst nicht immer so lange drin bleiben, bis euer Rucksack voll ist. Das ist halt, dieses Spiel hat halt kein Zeitlimit und man wird oft verleitet, ach komm, machen wir nochmal, gehen wir nochmal da hin, nochmal da hin und das bisschen noch looten und da vorne noch ein bisschen. Ich kenne das, Allerdings, allerdings denkt dran, selbst wenn ihr nur eine kleine Sache gelootet habt und rausgeht, dann ist das schon ein Plus, weil ihr habt ja keine Verluste, in eine Raid reinzugehen. Selbst der Zeitverlust ist jetzt nicht so hoch, weil ihr super schnell wieder in der nächsten Runde seid. Kurz Rucksack leer machen und wieder reingehen. Paparieren zwischendurch nicht vergessen, aber sonst noch schnell wieder reingehen. Also einfach die Extracts auch nutzen, wenn sie kommen. Nicht dran vorbeilaufen und da nochmal weitermachen, sondern wirklich nutzen und rausgehen. Aktiver rausgehen, öfters rausgehen und ihr werdet merken, dass es euch im Laufe der Zeit schon sehr, sehr viel besser geht. Leute, ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Hier nochmal mein Beginners Guide, wen das interessiert, die wichtigsten Sachen nochmal zusammengefasst. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sauber, macht keinen Quatsch und viel Spaß beim Geld verdienen. Haut rein, tschau 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 tschau.